Willkommen zurück zu Let's Play Stalker Lost Alpha. Ich habe beim letzten Mal intelligent wie ich bin nicht gespeichert, aber der letzte Quicksave war unten beim Gewehr vom Stalker Visek, hieß er glaube ich. Gut, bin ich eben wieder hingelaufen, habe beim Prozessor noch ein paar Mad Kits gekauft, die hat er sich errechnet. Holy shit. Darf ich durch? Ich glaube, du musst keine Kontrolle für mich durchführen. Ja, wir sehen zu, dass wir an ihm einfach vorbeifahren. Ja, Pläne für dieses Mal sind aus Janta raus Richtung Sümpfe, um dem Dock einen Besuch abzustatten. Allerdings habe ich in Erinnerung, dass der Eingang, genau, erstmal hier hinter ist und wir werden ohne Auto vorwärts gehen. Wir stellen unser Auto an den Rand des Gebiets, aber mit Auto können wir einfach nichts in diesem Gebiet anfangen. Ich bin mir unsicher. Eigentlich müsste das Auto durchs Wasser können, aber wir können nicht einfach durch das Gebiet durchrasen. Da ist der Haken und deswegen nehme ich dann lieber meine Beine in die Hand und laufe mit diesem. Da hinten ist die Straße auch schon, da kommen wir dann raus. Ich bin zu weit rechts gefahren. Wir fahren wieder links. Ja, daran erkennt man ganz, ganz schnell Levelbegrenzungen, weil man richtig viel Strahlung abbekommt. Das war keine Levelbegrenzung, da aber einfach nur höllen viel Strahlung holen ich jetzt. Ja, dann wollen wir doch mal Richtung Levelbegrenzung. Wir werden uns auch vorher nochmal ein bisschen ausrüsten. Gucken, was brauchen wir, was brauchen wir nicht. Kennen wir ja schon. Ausrüstung sortieren im Großen und Ganzen. So, Open Trunk. So, wir wollen erstmal den alten Anzug weglegen. Der wiegt 5 Kilo, die wollen wir nicht dabei haben. Alles unnötige Gewicht kann weg. Dazu fallen diese Kugeln. Diese Kugeln darf es von einiger, aber nicht alle. Ja, ich habe, wie gesagt, Medkits geholt beim Prozessor und noch NATO-Kaliber, jede Menge. Lasst mich kurz überlegen. Ich packe die doch mal weg, die brauche ich ja anscheinend derzeit nicht. Hm, ja. Zu viel Wasser. Ne, das ist zu wenig. Ich behalte mal lieber zwei Flaschen dabei. Man weiß ja nie. Ich nehme ja auch nochmal eine Dose Thunfisch raus. Ich sage immer Thunfisch. Ja. Das ist sogar Rattenkuchen. Wow. Ich glaube, wir sind gut ausgerüstet. Das heißt, wir betreten jetzt die Sümpfe und wollen mal sehen, was uns dort erwartet. Wir haben schon die Nachricht von Militärkontrollen erhalten. Helikoptern, die durch die Gegend fliegen und alles abknallen, was sich da bewegt. Und unter dieses Beuteschema fallen natürlich auch wir, solange wir uns bewegen. Alternativ könnten wir sagen, wir bleiben stehen. Oder holen den Vogel vom Himmel, der jetzt gerade gar nicht auf Patrouille zu sein scheint. Das ist natürlich sehr angenehm. Erstmal hole ich den Spielstand vom letzten Mal nach. Wie gesagt, ich habe ganz clever nicht gespeichert. So, dann wollen wir uns mal hier... Ah, der ist auch. Ja, hier sind wir. Wir klären... Lass uns die Gegend von Mutanten und Banditen klären. Ich glaube, mehr kommt da auch gar nicht. Ja, er ist wirklich Typen am abknallen, die da rumlaufen. Also diese komischen Koltergeister ohne irgendwelche Kräfte. Wir wollen uns jetzt erstmal hier durchschlagen. Dieser Sumpf ist... Ja, wir wollen schon entdecken. Der Sumpf ist ein ziemlich langsam zu bestreifendes Quid, weil sonst sowas passiert. Habe ich mich direkt darauf eingestellt, nur hätte ich vielleicht nochmal direkt einen Save nach der Cutscene setzen sollen. Oder habe ich ihn danach gesetzt? Ich bin mir gerade unsicher. Ja, auf jeden Fall, solange wir uns im Schilf bewegen, können uns die Kollegen auch sehen. Jetzt gleich werde ich mir mal ein Trickfest machen. Alternativ können wir tatsächlich den Helikopter vom Himmel holen. Allerdings dauert das in Lost Alpha ein wenig länger wie im Vanillaspiel und in Lost Alpha wehren sich die Militärhelikopter auch. Das heißt, ich brauche es nicht groß zu erklären, wenn ich nochmal ins Gedächtnis rufe, was in Dead City so alles passiert ist. Also die Banditen taten mir an der Stelle sogar schon leid. Ach, deswegen konnte ich uns abknallen. Der hat gerade in dem Moment gedreht. Ja, ist natürlich auch gut zu beobachten, welche Position der Helikopter hat. Eigentlich sollte er uns hier nicht sehen können. Kann er anscheinend doch. Gut, wir bewegen uns weiterhin im Schilf. Da war irgendwas, aber da haben wir jetzt keine Zeit für. Dieser Sumpf hier erinnert mich viel mehr an Sumpfgeschichten als Clear Sky. Dort war das Startgebiet ja im Sumpf und dort hat man von Stalkern auch Geschichten über den Sumpf gehört. Und hier in diesem Sumpf, muss ich sagen, ist das Feeling einfach viel, viel stärker als ein Clear Sky, wo die Gegend sogar drauf ausgelegt ist, sozusagen. Das wird nix, oder? Ja, doch, da konnte ich noch passieren. Habe ich die Quest eigentlich abgegeben? Ja, wir müssen den Doktor treffen. Man sieht, das Gebiet ist noch ein wenig länger. Das heißt, wir haben ein wenig zu kämpfen, um da durchzukommen. Nein, ich bin hier drin. Oh, bin ich nicht. Scheiße. Äh, ja, der letzte Quick Save ist ein wenig her, deswegen... Tu mir den Gefallen, lauf wie Atom es tun soll. So, sehr gut. Wir rennen einfach von einem Schilf ins andere. Tatsächlich, wenn wir sprinten, laufen wir schneller durchs Schilf, als wenn wir nicht sprinten. Nein, tust du nicht. Wir sind wieder verschwunden. Ja, im dicken, fetten Schilf versteckt. Das ist übrigens die erste Aufnahme, in der meine Waschmaschine im Hintergrund läuft. Also, nicht direkt hinter mir, ist klar, aber mit zwei verschlossenen Türen dazwischen. Normalerweise nehme ich nicht auf, wenn die läuft, dort geht es nicht anders. Mal sehen, ob man davon was in der Aufnahme hört. Ich hoffe doch nicht. Ja, wir rennen. Ne, wir können nicht rennen. Wir sind hier gerade ein bisschen auf dem Präsentierteller. Scheiße. Ich bin echt von dort nach dort gelaufen. Ja, ich habe vergessen, der blauen Nadel, während ich mich vorwärts bewege, zu folgen. Wir wollen nach dem Norden. Und wir wollen hier hoch. Aber wir können nicht springen, weil das Wasser uns am Boden hält. Storkalorie. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Die suchen wahrscheinlich viel weiter vorne, weil ich schon viel weiter vorne war. Ja, hier lang ist auch wieder so eine scheiß Stelle, aber wir schlagen uns mal hindurch. Weil gerade ist echt so ein verdammt offenes Gebiet, aber der Helikopter scheint nicht in der Nähe zu sein. Und deswegen kann man hier mutig werden. Wir haben auch noch Energydrinks, da habe ich auch noch zwei beim Prozessor gekauft. Er bleibt jetzt die Prozessor, also das ist Absicht. Nur für die, die jetzt wieder da sitzt. Er sagt es die ganze Zeit. Holy shit. Das war ein übler Blutsauger mit seinen roten Augen. Gut, ich würde sagen, wir haben den Helikopter verloren. Komm raus, komm raus, wo auch du bist. Klang so, als hätte er wieder ein bisschen... ...mich im Visier, allerdings suchen sie noch. Diese Meldung, die er gerade gegeben hat, ist halt definitiv die Suche. Ja gut, die kreisen wahrscheinlich am Anfang ein bisschen rum. Ich würde sagen, wir sind entkommen. Ich höre ihn noch nicht mehr. Wir hören zwar noch die Stimmen, aber den Helikoptern sichern wir nicht mehr. Ja, wir haben es geschafft. Vielleicht jetzt mal eine freundlichere Einleitung. Willkommen im Sumpf. Ein riesiges, sumpfiges Gebiet, in dem eine Menge Wildschweiner, Poltergeister und Blutsauger leben. Hier möchte man eigentlich nicht in der Nacht lang gehen. Allerdings haben wir wohl gerade einen glücklichen Weg, auf der wenig einem den Weg streift. Und da bin ich übrigens noch nicht mit euch reingegangen, oder? Ja, eine tolle Pflanze. Erinnert mich sehr viel an Tiberiumpflanzen, wenn ich ehrlich bin. So, ich glaube, da hinten ist schon fast das Haus, wo wir hin sollen. Das Haus vom Dock. Ne, ich glaube, wir müssen noch eins dahinter. Okay, es kam gerade der Funkspruch, dass ich wohl der Laufborsche, der Typen von Yantar bin. Wir sollen am Leben gelassen werden. Das wäre quasi der Punkt, wo sie euch definitiv in Ruhe lassen, nachdem ihr halt so weit gekommen seid und den Helikopter noch am Arsch habt. Ich weiß nicht, ob das ein Zeit-Trigger ist, oder nachdem man eine bestimmte Grenze überschritten hat, aber das System finde ich sehr gut. Ich habe einen Raketenwerfer aus der Richtung gehört, das ist nicht gut. Na gut, scheiße auf Raketenwerfer. Wir bewegen uns gerade in das kleine Heimatdorf des Docks. Bitte übersetzen, von dem, was übrig ist. Ja, wir sehen mal hier rein. Doc? Strelok. Thank God you're alive! Seems the Colonel called off the patrols in time. It would have been better if they were called off sooner. How are you feeling, Strelok? Is your memory coming back? Look, I am worried about your condition. After what's happened, I can't imagine. Shh. Do you hear that sound? What? I don't hear anything. Die! Die! Ja, jetzt geht's da richtig ab. Ja, vielleicht noch mal zur Übersetzung. Der Doc hat erst mal gesagt, Gott sei Dank, du lebst. Scheiße, als hätten die Wissenschaftler das Militär früh genug zurückgerufen. Und Strelok hat sich erst mal beklagt, das hätte eigentlich eher sein können. Ja, und wir haben das übelst krasse Flashback. Was sind wir am? Ja, Mann. Ja, hot jetzt. Was sind wir? Aber du musst verstehen, dass dieses... Creature... Das Mensch hat die Macht, die keine unserer vorherigen Ancestoren haben in unserer Wildest Imagination. Du musst folgen, observe und wenn die Zeit kommt, mach was du musst. Und was wenn er sich erzielt und erforscht? Der Origin ist die Schrift. Er wird niemals wissen. Kann wir ihn einfach nur? Das Mensch kann nicht kontrollieren und wird sich nicht kontrollieren. Das Mensch kann nicht kontrollieren. Wer weiß was die Überraschung der Kontrolle? Was für uns? Wir können nicht die Einzige, wenn wir uns nicht mehr tun werden. Wir haben Tausend Freunden. SILENCE! Wenn wir zurückgehen, all das wir gearbeitet haben, für Tausend Jahre wird nichts. Wir können nicht das. Agent, haben Sie Fragen über das Ziel Ihrer Mission? Nein, Magister. Es wird fertig sein. Mit der Macht bestätigt in mir, habe ich diese Form geöffnet. Bitte, Ilduci modem, Illustratione, inis noster, adios. F***ing Shit, der da passiert. Ja, eine Art Sitzung, Verschwörung. Dieser dunkle Stalker, dieser Agent, wie Sie ihn genannt haben, ist jetzt beauftragt, uns zu folgen und uns auszuschalten. Diese Männer-Maschinen-Dinger haben dort diskutiert, dass wir wohl eine potenzielle Gefahr wären und nicht am Leben gelassen werden können. Und irgendwas am Ende noch auf Russisch, ihr wisst ja, übersetzen. Na, ist hier meine Waffe gekrallt. So, wir machen hier mal einen Quick Save. Ich habe hier eine Erinnerung, dass es jetzt gleich heftig wird. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, du hättest deinen Willen verloren da. Ich habe dich ins Bett gelegt und dir ein wenig meiner Kräuter Gegengifte gegeben. Ich habe gehofft, alles wird gut sein, wenn du wieder auf warst. Was ist passiert? Hast du irgendwas gesehen, während du geschlafen hast? Ja, ich habe irgendwas sehr Merkwürdiges gesehen. Ähm, ich glaube das, was du mir gegeben hast, hat mein Hirn ein wenig durcheinander gebracht. Ja, merkwürdige Träume können mit dem, was ich hier gegeben habe, auftreten. Lass ihn nicht so tief in deinen Kopf. Ich habe noch ein paar andere Pillen für dich. Aber wenn du dich wirklich schlecht fühlst, besuch mich später. Ach, und ganz nebenbei, weswegen du hier bist. Wegen deinem PDA. Ja, was muss ich tun? Ja, ich habe mich in Verbindung gehalten mit unserer Gruppe, so dass ich weiß, wo du sie finden kannst. Ja, ich setze mich mit Fang in Verbindung und werde herausfinden, wo Guide sich versteckt. Das könnte eine gute Chance sein, Kontakt mit Ghost wieder aufzunehmen. Ja, da könnte ekliges Geschäft in Verbindung mit dem Kristall-Artefakt stehen. Eine sehr seltene Art Artefakt. Seine Splitter werden benutzt, um PDAs und andere feine Maschinen zu reparieren. So ein Artefakt wurde von ein paar toten Stalkern gelootet. Ghost war dran, aber er wurde verbundet. Ein paar der Söldner sind dafür verantwortlich. Wie wäre es, wenn du zu deinem alten Versteck reist und dort mit Ghosts redet? So, dass er dich aufklären kann. Ja, äh, mein Versteck? Ich erinnere mich nicht dran. Ah, diese verdammte Gehirnbächer. Gehirnbächer Gehirnbächer Gehirnbächer